Ja, ich frag die Jungs, ob wir warten sollen. Worauf? Ja, auf das, dass sie losfallen. Achso, weißt du, Jungs. Bis jetzt, jeder, der uns umlaufen wollte, wurde von mir gekillt. Meine Damen und Herren, leider kommt es zu einer verzögerten Abfahrt. Da sind die Karte richtig unauffällig drin. Können wir etwas tun? Verzögerungen, ja, gut, Verzögerungen, okay. Habt ihr das denn, Screenshot jetzt schon angeguckt? Nein, wann denn? Ja, das sollte leider 10 Minuten. Ich lade jetzt dann noch einen dazu. Ich hab's gestern geschafft, einen Hunter 90 Grad an einem Baum aufzustellen mit... mit Licht. Also, das war wie ein Christbaum. Ich hab's... Könnte denn Snacks serviert werden, um uns die Wachterzeit zu versüßen? Ist ja wie bei der Lufthansa hier. Auto-Zug-Bestrieg, Abstand von der Walscheikönter. Er war Grönemeyer, er verliert die Verbindung. Sie können mehr oben auf dem Turm. Achtermal, ich steig mal eben aus. Ich stell mich vor das Auto und schüttel mit dem Kopf, der das sieht. Ja, natürlich, wenn er hinschaut. Felix, kein Thema. Er wartet auf einen Maid. Ja, ist okay. Das sind... Das sind... Das sind... Das sind Lutscher, verstehst du? Hier gibt's Admins. Und denen wird... Aus den... Personen rausgeschloppert. Also, wenn man... Im Notfall, wenn ich's nicht verstehe, dann ist es sowas. Ich rufe dir jetzt gerade unegglich und zusammen rund. Yo, yo, yo. Also, das mit den 10 Minuten hat er vielleicht ernst gemeint. Vielleicht sollten wir doch irgendwo anders... Habt ihr ein paar Erdnüsse da? Ostern. Ne, ich hab noch ein paar Eier von Ostern. Anscheinend sind doch... Ja, das ist lecker, 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 ja. Die riecht besonders gut. Hey, guck mal, warum... Wo ist die Umgebung an? Ich glaub, das ist das Geil, was ihr findet. Also, ich habe so langsam die Befürschung, dass er das mit den 10 Minuten ernst gemeint hat. Nee, nee, der steht so. Und wir können gleich losfahren. Alles klar. Wie sieht denn unser Einsatzplan aus? Nun ja, also zuerst müssen wir mal lebendig in die Stadt reinkommen. Danach würde ich sagen, machen wir den Rest spontan so. Hauptsache töten, ne? Also, bevor wir in die Stadt kommen, in die Stadt kommen, wir erstmal mal eine Gruppe machen. Nicht so pessimistisch. Musst du noch jemand auf die Toilette? Ich bin schon dabei, danke. Vielleicht kommt noch die Stewardess mit den Getränken. Ich hoffe, der Rostschutz des Fahrzeugs ist gut. Und jetzt bin ich auch tot. Könnt ihr auf mich warten? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Wir warten so lange auf einen. Also ehrlich gesagt, wenn du rein willst, muss ich hier aussteigen. So. Passt nicht, fünf Fragen. Ja, unser Kollege ist da. Nee, ich muss euch enttäuschen, das ist er nicht. Doch, aber unser. Haben wir überhaupt noch Platz? Wir sollten ihm danken, er muss immer in Ehren bleiben. Britta, warum gehst du denn jetzt? Ja, ist der Laden voll. Und wenn wir es nicht lebendig schaffen in die Zone, dann warten wir halt nochmal zehn Minuten. Das ist ja kein Thema. So, ich geh ein Bier holen. Soll ich was mitbringen? Noch nie machen wir. Okay. Ich bring ein Bier mit. Ich schick euch mal die Kontodaten. Okay, er ist jetzt der Level 1. Oh mein Gott. Er ist Level 1. Sorry, sorry. Ich habe mir das gestern gekauft, weil ich einmal zwei übertrieben gefeiert habe. Einer von euch muss jetzt leider aussteigen. Ja gut, dann. Oder er geht. Es geht ab, Jo. Auf, Bretter, lass fahren. Moment. Kauf ein Auto. Ich fahre den hinterher. Ich geh keine Kameraden. Jetzt habe ich das Bier mitgebracht und alle hauen ab, oder was? Nicht gegen den Zone fahren, Alter. Warum seid ihr denn jetzt ausgestiegen? Woll der andere gekommen ist. Ja, wir sind ausgestiegen. Wir sind ein cooler S-Team. Wart mal, warte mal auf, auf, auf. Noch nicht? Auf wen willst du warten? Ich sitze noch einen. Ich bin Wilfried. Tut mir leid. So, das Bier ist jetzt versandfertig. Also wenn das Geld eingegangen ist, werde ich es sofort versenden. Mit EHL? So warm, hier. Und das noch vor Weihnachten an? Wart, hier, ich muss ja noch Geld bezahlen, weil ich ein Bier kriege. Was ist das für ein Scheiß hier? Ich habe noch keinen Weihnachten, aber ich habe noch beim Leben zu auffahren. Du bist ja nicht bei Doh und Tanza. Du bist ja nicht bei Doh und Tanza. Und auffasst dein Leben und riskiert das hier und dann kriegt man halt nicht mal ein kaltes Bier. Doch, rein, Kollege. Ich kann auch noch ein kaltes Bier. Auch die Level 1 User nimm mal mit. Und dann noch Heineken. Ja, das war mal ein gutes Erdinger. Das gibt extra... Ein lecker Diebels ist es natürlich. Adi Bier. Redefeld, Sternburger, Adi Bier. Adi Bier so. So schlecht schmeckt es gar nicht. Das ist lustig. Das Problem ist meistens, dass ich der Erste bin, der aus dem Auto aussteigt. Ja, ja, okay, gut. Akzeptabel wird. Ja, wenn du so willst, steig ich gerne. Wenn du voll genug bist, schmeckt jedes Bier. Ich muss gerade sagen. Korrekt. Ich laufe erst mal in die Zone über die Straße und dann muss ich meinen Kompass erst mal ablegen. Ja. Hinter uns. Direkt auf mir drauf. Lust mich gerade. Bist du im Baustellengebäude? Ja, obere Etage. Boah, das muss ich jetzt mitkommen, was machen. Griffgranate. Hallo, was machst du wieder? Ich muss jetzt erst mal den Scheißkopf. Der Händler. Ich bin vor Ort. Ich... Wo habe ich denn den Scheißkopf aus? Okay, der ist genau vor meiner Nase. Ich habe ihn. Danke. Danke. Weiß dann nicht, wieso der mir meine Weste ausgezogen hat, aber okay. Wahrscheinlich hat er sich bei mir mit Munition gesnackt. Ich wurde beschossen. Von wo auch immer. Ich glaube, von links. Ja, ich bin jetzt da in einem Busch, wo die zwei waren. Aber ich sehe... Er ist direkt auf mir. Er tut mich gerade. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich wieder zurück. Er hat meine Waffe genommen, aber wirklich merkt, dass ich keine Muni mehr hatte. Er sitzt jetzt im zuerst ein Treffen. Geht wieder runter. Hat ein MX. Ist immer noch oben. Was macht er? Er liegt jetzt Richtung Treppe. Weiß. Jetzt habe ich auch nur eine Waffe. So, ich arrive dich. Oh, ich werde beschossen. Weg, weg, weg. Scheiße. Ich stand doch hinter der Mauer. Ich bin tot. Jacke wieder. Ja, von der anderen Seite. Diese blöde Jacke. Ich halte dich. Ja. Aber nicht auf offenem Feld. Fertig? Das sind noch Gegner. Aber wo ungefähr? Hier direkt vor uns. Im Haus drin. Einer vorm Haus habe ich. Gott. Im Haus. Direkt an dem Fenster, wo du stehst, glaube ich. Der ist im Haus. Ich weiß nicht, wo er jetzt hingelaufen ist. Bewegt sich auf jeden Fall. Oder das bist du. Oder habe ich den sogar? Hat gerade revived. Trin noch einmal hoch. Ja, sicher erst mal. Ja. Ach stimmt, da gibt es keine Tür. Okay. Ey, das müssen wir jetzt. Ach, Quatsch. Ach, doch. Liegen da draußen liegen auch noch zwei Darchen. Auf dem billigen. Wir sind das blaue Team. Ah. Tucketuck. Aber das ist kein gutes Team. Er hat zwei Punkte, die andere haben 35, die andere haben 41. Aber wir sind trotzdem. Das war mir irgendwie klar, dass das kein gutes Team ist, wenn ihr dabei seid. Trotzdem bin ich gerade fünfter auf dem Sauer mit 14 Kills. Ja, das bringt halt trotzdem nichts, wenn 30 Leute draußen sind. Wir gehen ja extra in die schlechten Teams, damit wir die Besten im Team sind wenigstens. Ah, okay. Lassen wir das nicht Fishing for Compliments? Ja, genau. Ich bin nicht mal der Beste. Das ist immer noch Cobra mit 16 Kills. Wo möchtest du denn hin? Ach, das ist ja Third Person. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. So geht es ja wirklich immer in das Scheiß-Team. Das gibt es ja nicht. Geht es doch ins Rote. Macht doch mehr Spaß, wenn man gewinnt, oder? Nö. Wenn man gegen ein rotes Team gewinnt, dann macht das richtig Spaß. Ja, wie oft kommt das vor? Gar nicht. Immer. Ich glaube, ich glaube, die haben was geändert. Also das rote Team gewinnt gar nicht mehr so oft. Jetzt kommt am Server an die Auto-Balance-Einstellung ist das, ne? Weil wenn du halbwegs gut die Auto-Balance einstellst, das sofort gebalanced wird, ist ja okay. Weil dann haben alle wenigstens gleich viele Leute. Bitte? Dann du. Ja, passt schon. Auf dem Sportplatz? Ach da, hier den. Den meinst du? Da ist schon wieder Fußballspielen. Ja, sicher. Mit Toren stehen. Aber ich gehe lieber auf die Schaukeln. Spielplatz finde ich besser. Das ist doch mal gut gegangen. Warum kriegen wir hier keinen Beschuss? Denkst du, Burkis irgendwas? Was? Ich fand's gut. Britta sitzt direkt am Marktplatz in einem Haus drin. Aber nicht in der Gyros-Bude. Aber nicht in der Gyros-Bude. Nee. Der hat schon wieder einen Hunger gehabt. Nimmst du noch auf, bitte? Ja. Aber das heißt nix. Wo möchten wir denn hin? Äh, nach Kavala, bitte. Ich hätte noch Hawaii anzubieten, aber ihr seid selber schuld. Wir arbeiten von draußen noch, also beim 2R Tower würde ich rein landen. Ja, das hatten wir gerade eben auch schon vor. Ah, das machen wir auch. Wo, 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 wo. Ja, geil. Hauptsache nur ich sterbe, weil der mich abschießt. What? What? Die, also das. Behind you, mit dir kann man echt nix anfangen. Oh nein, ich sterbe, ich komme nicht. Scheiße, nein. Bist du am Revival? Oh Gott, ich muss erstmal in Sicherheit gehen. Wieso kann ich nicht abbrechen? Was willst du denn abbrechen? Heilen. Dachte ich, stand zu offen. Von wo? Ich dachte, du wärst tot. Von wo? Ich würde sagen, auf 330 Grad, 340. Ach genau, Minimap aufmachen, wenn nicht schlechtes Spar überfahren worden. Hinter uns. Schieß drauf. Mach ihn kaputt. Ein Reifen ist kaputt. Haben. Haben. Gut, gut. Ah, scheiße, jetzt hab ich deine Waffe genommen. Ich arrive. Nein, nein, es ist gut so. Ich arrive ihn schon, ich arrive ihn schon. Sicher dem seine Waffe. Ich bin Medik. Es geht bei mir schneller. Liegt am Boden. Brauchst du es nur nehmen. Da ist noch ein Fahrzeug. Er hat mich platt gefahren. Abin. Okay, bin down. Äh. Gleich, gleich. Kollegen. Smog zumal ein, gescheit. Ja, ich steig ein und smog. Genau. Ich glaube, ich lieg unterm Fahrzeug. Vielleicht fährst du aber mal ein Stück zurück. Ja. Wo kommen die denn alle her auf einmal? Was sind das für feige Schweine? Britta, du wirst immer noch gemutet. Ich möchte deine Stimme hören. Eins, zwei, eins, zwei. Okay, jetzt kannst du dich wieder muten. Ich hab deine Waffe nicht genommen. Alles gut. Warum hast du es schon gemutet? Was am Telefonieren oder was? Ach ja. Ach ja. Ich bin Medik. Soll ich jemand heilen? Mir ist es nicht mehr von was, wenn du in deinem Paket drin hast. So, ich nehme es mal absichtlich vorher die Waffe und unbewerbs. Sonsten ist es auch nicht. Nein, ich nehme immer erst gerne die Drogenkirchen, die ein Ärzte. Mensch für mich überhaupt. Ich habe ihn über Reif. 80, 90. Danke. Dankeschön. Das ist meine Waffe. Gib die her. So, wir sind immer noch nicht in der Zone, ab in die Zone. Nee, 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 nee. Du wohnst jetzt einfach so rum und lässt dich beschlossen. das ist überhaupt das geilste gerade. Fahren wir doch mit dem Strider rüber oder? Ne, ich mach das jetzt auch. Ihr seid doch Feiglinge. Dann mach ich das auch. Warte wir halten den Rücken frei. Wie wir? Ich bin der einzige der schon drüben ist. Ich bin in der Zone. Me too. War es Zone oder beschossen? Beides. In der Zone. Sonntag bleiben wir jetzt für immer und ewig. Ich könnte jetzt auch einen Moment schillen. Das war schon sehr hektisch. Wo guckst du hin? Warum guckst du hin? Suchst du Regenwürmer oder was? War das gegnerischer Handy da hinten? Wollen wir in Turm 2 rein? Ja. Ich schaue Schüsse aus Ost, Nord, Ost. Sehr nah. Oder seid ihr am Schießen? Glaub ich Überblick. Bestimmt hier irgendeiner auf dem Turm oder im Busch. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Der lag auf dem Stein. Der ist aber geflogen, mein lieber Mann. Wo ist der denn hin? Ich wollte ihn noch looten. Der ist weggeflogen. Ah, da ist er. Ja. Okay, wir werden schon beschossen. Das ist mir egal. Ohhhh, wenn das mal nicht zu hart wird. Ach, Glück gehabt. Nicht einmal so schlecht genau hinter der Mauer. Ich wollte eigentlich an dem Baustellengebäude landen, aber... Die ducken sich zu schnell wieder, bis der Schuss dort ankommt. Ah, das ist doch schön. Warte mal. Einen hab ich. Der Schieß. Headshot. Rechter ist weg. Das Fenster ist noch. Ich kann komplett durch den Turm durchgucken. Einen zweiten hab ich auch. Geil. Einen oben drauf. Einen oben drauf ist auch noch ein. Mit der Saafir auf 300 Meter. Einzelschuss. Komm, der muss sich oben auch nochmal hochstellen. Ich hab's jetzt raus. Und wir machen Punkte. Und wir machen Punkte. Oh, hinter... bei mir irgendwo ist einer... Äh... Tower 2... Äh... Also wo ich stand und im unteren Gebäude. Wie ist die Lage? Kann ich Britta reviven? Oder ist da noch viel los? Ich hab eh keine Waffe. Das Fahrzeug hab ich zu verlieren. Ich smoke dich ein vorher, warte. Ne, mach ich selbst. Bleib da oben. Ja, ich bleib eh oben. Aber ich hab genau... Fies sind es dazu. Ich hab doch hier... Paar Strider. Ohne Waffe. Der ist unten auf der Treppe. Unten auf der Treppe ist einer. Mit... Der läuft runter. Ritter? Hallo? Also... Nix war dat. Hallo? Das ist unser... Überhaupt mein Router hat sich eingestartet. Ritter, Entschuldigung, ich musste mal mit deiner Waffe einen töten. Ich bin hinter dir. Sehr gut. Ich gehe mal ein, nee, zwei Häuser weiter. Links neben dir. Passt. Oh, das passt sogar sehr gut. Das ist einer meiner Lieblingshäuser. Dachte schon. Dann hemmet er an. Die Frit wieder einmal. Einen im Tower 2 habe ich. Wo war der? Linkes untere Fenster, von unserer Sicht aus. Drehmannsystem. Dachte schon.